Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Heute zum Thema, wenn der Urlaub, der Jahresurlaub verjährt oder eben auch nicht die zweite. Ja, willkommen, mein Name ist Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München, mir gegenüber Niklas Pastie. Hallo Niklas, Rechtsanwalt aus Berlin. Sag mal, ich bin ein bisschen platt, was deine Themenwahl angeht. Du bist doch selbstständig wie ich, bist doch dein eigener Herr. Oder erzähl mir nicht, dass du jemals Urlaub genommen hast oder vorhast, den zu nehmen. WAF, Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Du hast natürlich insofern vollkommen recht, es gab nur vor der Selbstständigkeit auch mal ein Leben als Angestellter. Hoppla. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ich war auch mal Angestellteranwalt und da war natürlich auch das Thema Urlaub natürlich groß im Rennen. Aber jetzt geht es ja vor allem für euch da draußen, die Betriebsräte. Betriebsräte, ja, wenn die Mitarbeiter ankommen und dann irgendwie denken, hey, ich habe doch noch Urlaub aus den Jahren XY, ist das alles schon verjährt oder nicht? Und wir haben ja gesagt, die zweite, ja, denn es gibt hier schon einen Podcast, die Folge 402. Und da hat meine Wenigkeit mit dem Kollegen Baumgartner auch schon mal was dazu gesagt. Und jetzt ist die Frage, warum denn jetzt schon wieder? Ja, weil es ein neues Judikat gibt. Ja, ein Judikat, also ein Urteil, auf das Europa, man kann das so sagen, ohne Übertreibung gewartet hat. Und ich weiß jetzt nicht, dieses Urteil, stellt das jetzt alles auf den Kopf? Also ich würde sagen, alles nicht, aber doch ein Stück weit. Denn jetzt sage ich erst mal, das Aktenzeichen und das Datum, also das ist der Europäische Gerichtshof, ja, vom 22. September 22. Und da waren drei Parallelverfahren, aber ich gebe jetzt mal ein Aktenzeichen durch, das ist C, 120-21. Und näher ist dazu natürlich auch mal in den Seminaren der WF Arbeitsrecht 1 und Arbeitsrecht 2, da wird das Urlaubsrecht ja auch besprochen. Ja, worum ging es eigentlich überhaupt? Also es geht um den gesetzlichen Mindesturlaub, diese vier Wochen, die einem zukommen. Was da in diesem Bundesurlaubsgesetz steht. Richtig, da stehen eigentlich diese 24 Werke. Nicht zu verwechseln mit dem, was in den Arbeitsverträgen steht, in den Betriebsvereinbarungen, in einigen Tarifverträgen. Und wir reden wirklich über den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch. Der ist auch europaweit, wie auch im Bundesurlaubsgesetz, Minimum vier Wochen. Um den geht es jetzt. Und da müssen wir jetzt unterscheiden, das wurde zwar schon in der Vergangenheit ausgeurteilt, aber um den Bogen herzukriegen. Früher, 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 früher sagte das Bundesarbeitsgericht immer, wenn der Arbeitnehmer den Jahresurlaub im laufenden Jahr nicht beantragt nimmt, ist er grundsätzlich weg. Es sei denn, aus betrieblichen Gründen geht es nicht, dann geht es noch bis Ende März des Folgejahres. Das war allgemein. Und die Begründung war so ein bisschen wackelig. Sie lautete im Wesentlichen, der Urlaub hat eine Art Erholungsfunktion. Das heißt, du musst ihn im Grundsatz im laufenden Kalenderjahr auch nehmen. Sonst wirkt er nämlich nicht mehr so richtig. Richtig. Und das war das eine. Und da hatten wir auch noch eine Situation vom BRG vor Jahren. Und wenn du jetzt unterjährig leider krank bist und den Urlaub ja nicht nehmen kannst, weil Urlaub ist ja bezahlte Freistellung von der Arbeitspflicht, da ging das grundsätzlich auch nur bis Ende März des Folgejahres weiter. Das war sehr streng. Ja, das war sehr streng. Und das war fies. Und da hat sich jetzt auch in den letzten Jahren, und das haben wahrscheinlich auch viele, die hier zuhören, schon auch mitbekommen natürlich, da hat sich ein bisschen was geändert, auch von europäischer Seite her. Da war es immer so jetzt, wenn es Krankheitsfälle sind, dann haben wir jetzt diese 15-Monats-Regel. Also nicht Ende März des Folgejahres wäre Schluss, sondern Ende März des Folgefolgejahres. Folgefolgejahre. Das ist ein Fachbegriff übrigens. Die Leute denken immer, wir stottern hier oder was. Das tun wir auch, aber diesmal passt. Also ganz klar, wenn es Ansprüche aus 22 sind und du bist jetzt aber dauerhaft krank, dann verfallen diese Ansprüche nicht bis Ende März 23, sondern spätestens bis Ende März 24. Und die Begründung lautete, auch erkrankte Arbeitnehmer gehen ihres Urlaubsanspruchs grundsätzlich nicht verlustig. Vor allem bei dem EuGH, das Urlaubsrecht ist so eine heilige Kuh. Das war das eine. Und das andere war, unabhängig von Krankheit, wenn du jetzt unterjährig deinen Urlaub nicht genommen hast, dann sagt der BRG grundsätzlich auch am Jahresende, grundsätzlich Schluss. Und da sagt aber auch schon vor ein paar Jahren der EuGH, nee, 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 der Arbeitgeber hat so eine Obliegenheit. Er muss mich darauf hinweisen. Hey Joe, du hast ja noch zwei Wochen Urlaub, jetzt mal ran. Ja, nimm, weil sonst verfällt der am Jahresende. Und wenn du das nicht machst, sagt der EuGH, dann verfallen die auch nicht am Jahresende. Das ist noch der alte Stand. Und man muss dazu sagen, dass auch das, der alte Stand, auch das musste eingeprügelt werden, dem Bundesarbeitsgericht aus Europa, in Anführungszeichen. Denn wir haben das hier in Deutschland immer anders gesehen, nicht nur was die erkrankten Arbeitnehmer angeht. Wir haben auch nie die Hinweispflichten des Arbeitgebers erkannt als solche. Der EuGH sagt, bitte, der Arbeitnehmer, den müssen wir manchmal auch vor sich selbst schützen. Deswegen diese sehr weitreichenden, vielleicht sogar überzogenen Hinweispflichten des Arbeitgebers. Und jetzt gibt es nochmal eine Änderung. Genau, also das wurde jetzt schon in der Vergangenheit geregelt. Da gibt es auch Videos und Podcasts dazu und alles. Und jetzt kommt das Besondere. Jetzt war eine Frage, die das Bundesarbeitsgericht im EuGH vorgelegt hat. Okay, wie sieht es jetzt aber aus, wenn ich jetzt nicht unterjährig belehrt hätte als Arbeitgeber? Oder wenn ich jetzt halt diese Krankheitsfälle habe, aber auch nicht irgendwie darauf hingewiesen habe. Aber wenn du bis dahin nicht irgendwann gesund bist, dann ist es vorbei. Verjähren diese Ansprüche jetzt irgendwann. Und wir hatten ja die deutsche Regelung. Grundsätzlich nach drei Jahren wäre ja Schluss. Und die Frage, das war jetzt beim EuGH, was kam jetzt da raus? Ja, das ist, wie der Jurist sagt, eine differenzierte Lösung. Das hat der Kollege auch sehr schön ausgedrückt. Möchtest du diese differenzierte Lösung uns irgendwie so darzulegen? Nein, das überlasse ich dir. Aber ich verrate, es gibt mindestens zwei Aspekte, die wir streng auseinanderhalten müssen. Ja, also wir fangen mal erstmal an mit dem Urlaub, weg mit der Krankheit. Und die Frage, der Arbeitgeber hat jetzt nicht nachweislich unterjährig mich darauf hingewiesen, sei es jetzt mündlich, gut, Beweisfrage oder eben schriftlich oder in Textform, dass ich es aber irgendwie nehmen müsste. Und da sagte damals schon in der Podcast-Folge diese 402, die ich mit Herrn Baumgartner gemacht habe, da sagte der Generalanwalt, naja, aber so ein Anspruch kann doch eigentlich nur verjähren. Und die Verjährung kann erst beginnen, wenn der Arbeitnehmer überhaupt erstmal in Kenntnis gesetzt wurde, dass da irgendwas mal zu Ende finden kann. Ich finde das plausibel. Finde ich auch. Das war jetzt aber noch nicht fix, aber jetzt ist es fix. Weil jetzt sagte der EuGH in dieser ganz aktuellen Entscheidung, ja, er schließt sich praktisch dieser Meinung an, was der EuGH ja oft macht. Er schließt sich ja oft dem Generalanwalt an, weil das ein interner Gutachter ist quasi. Und er sagte, nee, das ist ja eben dieser heilige Kuh Urlaub und der Arbeitgeber hat jetzt hinzuweisen. Und wenn das nicht tut, kann auch die Verjährung nicht anfangen zu laufen. Und das heißt wiederum? Ja, da kannst du ein paar Jährchen zurückgreifen, wenn du noch was offen hast. Und wie viele genau? Unbegrenzt. Ja, das gibt es ja nicht. Das heißt, der Kollege Schrein hat mich gerade sozusagen reich gemacht, wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin, wenn ich jetzt tatsächlich nachweisen kann, dass ich offenbar nicht belehrt wurde. Und wir reden bitte immer nur von dem Gesetz, Mindesturlaub, nur der. Und da muss man es auch nachweisen. Trotzdem, trotzdem, trotzdem. Aber da könnte einiges Geld liegen. Oder auch wenn man denkt, es geht mal zu Ende mit dem Job. Und dann ist einem die Kondition nicht ganz richtig. Wenn man da noch offene Ansprüche aus ein paar Jährchen hätte, dann raus. Naja, also das ist das eine. Also der Lauf der Verjährung, erst wird es in Gang gesetzt, wenn ich nachweislich belehrt wurde, dass ich eigentlich den Urlaub hätte nehmen müssen. Das ist die eine Kiste. Und das andere ist jetzt mit der Krankheit. Und da sagte der EuGH in dieser aktuellen Entscheidung, ja, also diese 15-Monats-Regel kann also grundsätzlich auch nur greifen, wenn man zumindest auf den Verfall hingewiesen wurde. Obwohl ich ja den Urlaub nicht nehmen kann, aber zumindest der Hinweis, also wir können ja die Krankheit deswegen jetzt nicht schneller gleich zu Ende bringen. Aber ich weise es darauf hin, dass die Urlaube von, wenn sie jetzt noch ein halbes Jahr weiter krank sind, dann aber erloschen werden. Und das ist durchaus überraschend. Ja, das haben auch viele anders prognostiziert. Denn bitte, der erkrankte Mensch, der arbeitsunfähig ist, der kann ja nicht wirklich durch eine Willensentscheidung jetzt sein Verhalten irgendwie anpassen. Kann nicht wirklich gesund werden. Genau so. Das wäre auch ein bisschen seltsam. Ah, jetzt fühle ich mich wieder gut. Ja, genau. Also da wollen wir nicht ins Detail gehen. Ja, genau. In der Tat, ja. Das könnte ungünstig dann ausgehen für den erkrankten Arbeitnehmer. Aber er muss eben doch darauf hingewiesen werden, jedenfalls grundsätzlich, dass durch ein weiteres Fernbleiben vom Arbeitsplatz er auch seine Ansprüche jetzt verlustig geht. Und das verstehe ich auch wiederum, denn das ist vielen arbeitsunfähigen Arbeitnehmern so gar nicht bekannt. Und auch da kann natürlich dann wieder im Endeffekt auch wieder Geld dranhängen. Aber es geht auch nicht immer nur um das Geld. Die Sache ist natürlich, ja, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Jetzt haben wir das Judikat, nun gilt das eben. Da wird sich das BAG natürlich auch dementsprechend dann anpassen dürfen. Mal wieder. Könnte man ein Jahr im Urlaubsrecht, ja. Zur Ehrenrettung. Es sind halt europäische Richtlinien, die ausgelegt werden müssen. Da darf man nicht ran, das BAG. Ich habe mir den Senat übrigens angeschaut vom BAG. Der ist immer traurig, ja. Der urlaubsrechtliche Senat. Ja, da gibt auch seit zehn Jahren eine Klatsche. Der wird niederkartetscht, immer wieder. Es ist schade. Aber gut, Augen auf bei der Hausbar. Nee, aber das, was ich schon fragen kann, du hast es zu Beginn gesagt vom Podcast, klar, Urlaub dient der Erholung. Und da könnte man jetzt schon anhand dieses Judikatses anzweifeln, also wenn ich jetzt noch sechs, sieben Jahre rückwirkend, meinen Urlaubsanspruch gelten machen könnte, weil eins, zwei, drei und den jetzt dann nehmen möchte in der Tour, naja, kann ich noch aus sechs Jahren erholt werden. Aber es geht einfach um die rechtlichen Bewertungen. Und mehr noch, ist es vielleicht auch eine Sanktion? Ja, nicht zum Nachteil des Arbeitgebers, der ein bisschen belehrt werden soll, ein bisschen an seine Pflichten erinnert werden soll. Andernfalls muss er dafür zahlen. Das heißt, wenn wir sagen hier, der Urlaub hat vor allem eine Erholungsfunktion, ist das zwar plausibel, möglicherweise ist das aber eine zu enge und man kann auch sagen, eine sehr deutsche Sicht. Der Urlaub hat eben mehr als nur diese eine Funktion und auch arbeitsunfähig erkrankte Menschen benötigen eben jedenfalls diesen Mindesturlaub. Und hey, jetzt bekommen Sie den auch auf sehr lange Sicht. Ja, also ich vermute halt, so wie es jetzt auch mit der allgemeinen Belehrung unter je schon war, wenn man mit Betriebsräten quatscht und auch guckt, was die Arbeitgeber machen, natürlich nicht alle, aber da wird halt, sage ich mal, ein Formblatt gezimmert. Es heißt ja auch nicht, wie belehrt werden muss, aber natürlich auch aus der Beweissicherung wird es wahrscheinlich irgendwie schriftlich sein, dass man das irgendwie dann mal bekommt. Aber steht denn fest, wer belehren muss oder reicht aus, dass irgendwie von irgendwem belehrt worden ist? Ja, der Arbeitgeber hat zu machen, das wäre natürlich jetzt bei einer GBH, der die Geschäftsführer, die wahrscheinlich auf sowas keine Zeit und Lust haben. Aber Arne, du ahnst, worauf ich hinaus will. Man könnte ja auch sagen, ich habe hier in meinem Unternehmen mehrere Betriebe, ich habe den sehr engagierten Betriebsratsvorsitzenden Arne Schrein, der macht eine Betriebsversammlung nach dem anderen, verteilt einen Flyer nach dem anderen und der hat euch doch sicher belehrt, liebe Mitarbeiter. Das wird wohl nicht. Das heißt, der Arbeitgeber wird das nicht delegieren können, schon gar nicht an so einer Art Gegenseite. Ja, also nicht an den BR, das wird definitiv nicht. Das wäre auch nicht der Arbeitgeber oder Vertreter. Aber er kann natürlich, was wahrscheinlich auch oft so vorkommt, das in die Personalabteilung runterdelegieren oder halt in die Fachkreise wie Bereichsleiter, Abteilungsleiter. Das wird er machen dürfen, aber nicht an dem Betriebsrat. Und man wird die Pflichten vielleicht auch nicht überspannen dürfen, also so eine Art Rundmail oder eine allgemeine Information auf einer Mitarbeiterversammlung. Könnte vielleicht, weiß ich nicht. Könnte, könnte gehen. Man muss natürlich wieder das Arbeitsplatz bezogen. Sicherlich sehen, dass durch der, jetzt mal einen Klassiker an der Maschine, der keinen PC-Arbeitsplatz hat, da wird eine Rundmail nicht genügen. Aber wenn er das sonst irgendwie in seinem Postfach bekommt, mit der Entgeltabrechnung mal vierteljährlich irgendwie bekommt, das wäre für mich alles in Ordnung. Arne, finden wir das jetzt gut? Oder finden wir das nicht gut, das neue Judikat? Also ich finde es gut. Ich finde es gut. Und trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass dadurch auf einmal jetzt ganz viele Arbeitnehmer plötzlich reich wären und sonst irgendwas ähnliches. Das glaube ich nicht. Zumal, also das, was mir schon auffällt in den letzten Jahren aufgrund dieser Urlaubsrechtsveränderung, dass natürlich auch Arbeitgeber natürlich nicht blöd sind. und auch immer natürlich, weil diese ganze strenge Rechtsprechung nur für den Mindesturlaub gilt, da gibt es ganz klare Regeln, auch in Verträgen ist auch zulässig, dass wenn man sechs Wochen Urlaub hat, dass ganz klar immer gesagt wird, aber die ersten Wochen, die sie nehmen, das ist gesetzlich Mindesturlaub. Und dass ein Arbeitnehmer diese vier Wochen noch nicht mal im Jahr hat und dieser übergesetzte, der fällt da vollkommen weg davon. Dafür gilt das alles gar nicht. Also diese großen Prozesse, die jetzt scheinbar kommen sollten, das glaube ich jetzt gar nicht. Dennoch, es wird sehr gestritten, sehr emotional diskutiert über dieses neue Urteil. Ich habe auch schon gelesen, sag mal, warum muss die Belehrung so weit gehen? Ist denn der Arbeitnehmer, ist der pathologisch dumm? Man kann darüber streiten, aber wir sind ja Leute der Praxis. Es ist einfach so, der Arbeitnehmer weiß, das Arbeitsverhältnis ist zum Arbeiten da. Wenn ich nicht arbeite, bekomme ich grundsätzlich nichts. Gut, da ist jetzt Urlaub eine Ausnahme. Urlaub und Krankheit macht die Sache schon sehr kompliziert. Und das heißt, ich bin wie du ein Fan dieser neuen Entscheidung, weil man muss das so klar sagen, die Arbeitnehmerrechte doch gestärkt werden. Ja, und ich muss auch sagen, jetzt wir als Anwälte im Bereich Arbeitsrecht, natürlich der gut geschulte Betriebsrat, der würde sich natürlich sagen, Mensch, muss das jetzt so weit gehen? Ist doch irgendwie auch klar. Der Durchschnittsarbeitnehmer, der weiß das nicht. Und wenn du mal auch mal so quatschst, mach mal eine Schulung, Betriebsverfassung 1, wo neue sind. Oder du gehst mal zu einem PR-Mandanten, der neu ist. Oder du hast ein Individualrechtsmandat. Wenn du da Dinge erzählst, da guckst du doch immer in große Augen, wo man sich natürlich als Profi denkt, das kann jetzt aber nicht sein, dass das jetzt irgendwie auch eine Überraschung noch war. Aber weißt du, was das Krasseste ist? Das Krasseste ist der Paragraf, wie du weißt, 87 Absatz 1 Nummer 5. Da steht eine Sensation drin. Ich muss das immer dreimal erläutern in den Seminaren. Halt es mir ran. Nein, nein, nein. Nein, nur ran. Ich will nur, weil wir haben das nicht abgesprochen. Nee, das stimmt. Sehr spott. Deswegen will ich das nur sagen. Ich habe jetzt nur eine Vermutung. Und wenn das das aber ist, dann deckt sich ja die Meinung. Aber wenn es das jetzt nicht ist, dann schneiden wir das raus. Regie, hast du gehört, dann schneiden wir das raus. Nee, meine Vermutung ist, weil das macht echt immer so große Augen. Lass hören. Der 87er-Kollektivist. Ja. Siehst du? Und da kommt ja in 87,5, aber auch im Einzelfall kommt man in die Schlichtung, was eine, man kann sagen, ein Systemfehler oder ein Fremdkörper. Da kommt auf einmal, ich hoffe, unsere Begeisterung überträgt sich noch auf die Zuhörer, auf einmal eine individualarbeitsrechtliche Angelegenheit. Ich will jetzt aber Urlaub machen. Warum ziehst du immer den Arne Schrein mit seinen 249 Kindern vor? Ich will jetzt auch mal an die Reihe. Da wird auf einmal diese, wie soll ich sagen, diese individualarbeitsrechtliche Angelegenheit kollektivrechtlich aufgeladen. Arne, was meine ich damit? Und aufgeladen, insofern wir wissen, wo es bei 87 hingeht. In die Einigungsstelle. Und zwar über den Umweg des Betriebsrats. Obwohl das hier um einen verdammten Einzelfall geht. Und das ist wirklich, und insofern, also wie gesagt, das war nicht abgesprochen, vieles nicht, aber ich konnte mir jetzt mir praktisch vorstellen, wenn das den Aufschrei gibt, ja, den gibt es. Und deswegen gehen ja die Betriebsräte selten, ständig, dauernd nur in die Schlichtung. Die sind da sehr zurückhaltend, manchmal zu zurückhaltend. Aber man sieht schon, wie weit das alles gehen würde. Und die Rechte der Mitarbeiterschaft werden auch durch den BR da gestärkt. Und deswegen ist auch die Entscheidung gut. Trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass es als ein Riesenumwälzen stattfindet. Alle klagen und Arbeitgeber jetzt befürchten müssen, mit was weiß ich, für Forderungen überzogen zu werden. Aber sie haben ihre Hausaufgaben zu machen. So ist das. Also Urlaub, lieber Arne, wann hast du den letzten Urlaub? Jetzt mal Hand aufs Herz. Also zum Abschluss dieses schönen Podcasts. Ich darf jetzt, ihr erwartet bestimmt alle, dass der Anwalt sagt, Urlaub, wie schreibt man das? Ja. Ich muss ehrlich sein, es ist erst ein paar Wochen hin. Nein. Dem geht es gut, ja. Ja, gut. Zwei Tage, Herr Kollege. Zwei Tage war ich in diesem Jahr im Urlaub. Deswegen bin ich so bleich, deswegen bin ich so fertig. Also Niklas muss halt noch ein bisschen schrubben. Bei mir sind die Zeiten rum. Gut. Nein, es war etwas mehr als zwei Tage, aber gut. Naja, aber ich hoffe, ihr gläst da auch mal nach. Und, ach ja, was mir auch noch wichtig wäre, das sage ich auch immer, bei den Seminaren, Webinaren und sonst irgendwas, ja, wir präsentieren euch immer hier auch aktuelle Sachen. Bleibt selber dran. Ja. Wartet nicht immer, bis die WF einen Podcast macht oder bis man irgendwo mal ein Newsletter bekommt. Geht auf die Seiten vom EuGH, ja, Kuria, Europa, EU. Geht auf die Seiten des BRGs, BRG.de, guckt da nach. Die war mal ganz schlecht, inzwischen ist die besser. Sie ist besser, schade nur leider, dass die Pressemitteilung beim BRG jetzt nur bis 2017 geht, aber vielleicht sind die mit der Datenbank noch nicht so. Niemand versteht warum, ja. Übrigens, ich weiß nicht, wie sehr wir uns jetzt hier in die Karten blicken lassen sollten, aber sagen wir doch mal, sagen wir doch einfach mal die Wahrheit, ne. Nein, jetzt, okay, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ja, bitte, wir sind schlau, du und ich, ne, aber wir sind auch deswegen schlau, weil wir eine Profi-Software haben in der Kanzlei, ne. Ja, klar. Und das heißt, wir sind jetzt auch keine Experten jedes Mal für das Urlaubsrecht. Es ist so, dass der Mandant irgendwie ahnämlich anruft, noch während er telefonisch sein an diesen Sprich. Kramst du schon rum. Ja, und dann kann ich immer schön sagen, und diese Möglichkeit haben die Betriebsräte leider nicht ohne weiteres, das hat doch alle schon, das LAG haben entschieden und der Mandant denkt, sag mal, weiß der alles, ist das ein Freak, ja. Und ja, Freaks sind wir, aber wir haben auch eine Profi-Software und umso wichtiger ist es, aber ich bin da ganz bei dir, dass die Betriebsräte selbst auf dem Laufenden bleiben, ein bisschen recherchieren und übrigens, es ist kein Hexenwerk, so ein Urteil zu lesen, etwas sperrige Lektüre manchmal, aber wenn man das macht, weiß man immer einen Tick mehr als der Arbeitgeber und das allein lohnt doch schon. Und diese, was du sagst, und unsere Profi-Software, die der BR weder braucht noch vielleicht haben will, ist auch teuer und teuer noch dazu, egal, aber das ist eure eigene Datenbank, die ihr machen könnt und dann ist es auch eine Art Profi-Software, weil du hast ja auch, du darfst ja gar keine Rechtsberatung machen, kannst du auch nicht, aber es geht einfach um gewisse Einzelfälle sich mal reingezogen zu haben und dann den Mitarbeitern was an die Hand zu geben, aber wenn du das alles nur versuchst, mir das mal zu merken oder mal anfängst zu lesen, dann ist es schon zu spät. Habt ihr den Kollegen schreien gehört? Ihr müsst euch die Fälle reinziehen. Perfekt, jetzt kann nichts mehr kommen. Ja, so. Und insofern würde ich sagen, ja, dann beenden wir das, oder? Ihr denkt auch hier, wenn ihr euch mit Urlaubsrecht weiter schlau machen wollt, also in Arbeitsrecht 1 gibt es so Grundlagen dazu, so als Überblick, Vertiefung wirklich zum Thema Urlaub mit all seinen Tiefen, das wäre dann Arbeitsrecht 2. Und Arne, ich fahre übrigens doch noch in Urlaub. Fünf Tage. Fünf Tage noch im November, wenn es regnet, aber besser als nisch. Aber Niklas, ich möchte dich jetzt nicht enttäuschen, ich auch noch eine Woche. Nein! Ich bin durch. So, bevor wir uns hier prügeln, wir hören jetzt auf, vielleicht habt ihr auch den nächsten Urlaub oder ihr denkt an die Rechtsprechung. Also bis dahin, Servus, Ciao, gute Erholung.